Vor 15 Jahren hat die SCR-Sektion Thurgau den Gestaltungsbeirat einberufen. Mit der Nähe zu Deutschland wie aber auch zu Zürich sind wir hier einem hohen Investitionsdruck ausgesetzt. Es ist die Aufgabe des Gestaltungsbeirates, Gemeinden in architektonischen und ortsbaulichen Fragen zu unterstützen. Jährlich erhalten wir drei bis fünf Mandate. Damit verbessern wir die Baukultur im Kanton nicht wirklich. Es ist für uns aber ein wichtiger Werbeträger nach aussen. Basierend auf den Erfahrungen mit der Wettbewerbskommission Thurgau, welche sich für faire, transparente Verfahren einsetzt, möchten wir dieses Angebot in der Ostschweiz ausbauen. Zusammen mit unseren Nachbarsektionen Schaffhausen, wie auch St. Gallen-Appenzell und drei weiteren Verbänden, werden wir Anfang 2019 den BWA Ostschweiz ins Leben rufen. Aufgrund der bescheidenen Größe in unserem Kanton sind die Wege sehr kurz. Unsere nachhaltige Vereinsarbeit wird von den Medien wahrgenommen und wir sind froh, wird oft über uns berichtet. Ein noch offener Punkt in unserer strategischen Ausrichtung ist es, die Jugend für unsere Berufsfelder zu begeistern. Wir haben fünf Entdeckungstouren zur Baukultur geschaffen. Dies war unser Beitrag zum Baukultur RBA. Auch in Zukunft können diese Pfade noch erlebt werden. Das war unser Beitrag zum Baukultur. Bis zum nächsten Mal. Bistit. Das war unser Beitrag zum Baukultur. Bis zum nächsten Mal.